Wie die alten Männer, echt so krass, kommen gerade zu euch. Können wir in den Schatten gehen, können wir das Interview im Schatten machen? Auf jeden Fall, muss sein. Wie geht's euch? Super, also wir haben Bock heute zu spielen, auf jeden Fall. Und Bock, dass unser Album jetzt endlich rauskommt. Das läuft auch ein bisschen anders als früher, weil die Band hat sich quasi erweitert. Es gibt jetzt mehr Leute, es gibt, also abgesehen von natürlich den Figuren, die wir sonst kennen und so gibt es jetzt richtige Musiker noch, also außer euch. Ja, wir haben sogar die Figuren, du meinst unsere Tiere, von Bord geworfen. Die müssen jetzt woanders hinschwimmen. Ja, wir haben zwei Musiker mit auf der Bühne, zwei weitere. Es sind Philipp und Moped, einer an den Drums, einer am Keyboard. Wieso habt ihr die dazu geholt eigentlich? Man muss noch dazu sagen, Philipp war früher auch schon öfter Tier. Er ist quasi aufgestiegen in der Hierarchie vom Tier zum Musiker. Und wieso? Na, weil die Songs das einfach gebraucht haben. Weil einfach die neuen Songs auf dem Album so bandmäßig auch klingen, dass man das nicht mehr anders umsetzen kann. Und wir auch Bock drauf hatten. In diesen Tiertiteln habt ihr aber auch weitergemacht, das heißt jetzt Köken des Orion. Also was hat es eigentlich mit diesen Tiergeschichten immer auf sich? Wer ist da so die treibende Kraft bei euch, der immer sagt, es muss jetzt wieder ein Tiertitel sein beim Album? Jesus. Ist klar. Und danach? In der Kette? Ja, wir wollten es eigentlich schon beim zweiten Album vermeiden. Das zweite Album hätte eigentlich Blurre heißen sollen und hat dann doch einen anderen Titel bekommen. Beim vierten Album wollten wir es eigentlich damit brechen, haben es aber irgendwie nicht geschafft. Möglichkeit eines Lamas auch noch und so. Aber wer ist das von euch, der das so in allererster Linie dann immer sagt, ey komm, lass uns einen Titel kommen, eigentlich weißt du alle von ihm. Bist du so tieraffin? Nee, eigentlich nicht. Ich hasse Tiere. Ich mag nur Katzen. Aber trotzdem, wie kommst du dann ausgerechnet darauf immer? Boah, das mit dem Lama war ein Zufall und das Köken des Orion ist dadurch entstanden, dass Jakob Hobby Astrologe ist und er uns den Gürtel des Orion gezeigt hat und wir sehr betrunken waren und ihn falsch verstanden haben. Er hatte eine Vision auf jeden Fall und die ist Realität geworden. Es waren auch noch andere Dinge mit dem Spiel, die wir aber jetzt hier weiterhin nicht nennen möchten. Wie lief das ab? Erinnerst du dich an die Situation? Ja, ich habe halt rumgepostet und habe gemeint, da oben ist er. Und die so, äh, Köken des Orion, alles klar. Und das hat uns dann verfolgt einfach. Da waren wir zu der Viert mit Bam Bam unterwegs. Das ist ein Lichttechniker, der hat uns noch einmal Licht gemacht bei uns. Danach wollte er nicht mehr mit uns auf Tour gehen. Wieso nicht? Was passiert? Nee, hat sich nicht mehr ergeben. Sagst du jetzt so. Ansonsten, hier Highfield Festival, habt ihr hier schon mal gespielt eigentlich? Vor zwei Jahren. Drei Jahre. Drei Jahren. Drei Jahren. Drei Jahren. Drei Jahren. Zwölf. Was auf jeden Fall ähnlich heißt so. Und, ja, das war für drei Jahre und noch ohne Band. Und, ja, wie gesagt, mir haben Bock. Also, ich habe euch das, glaube ich, das letzte Mal, habe ich euch gesehen beim Berlin Festival, aber auch ein bisschen größer und davor beim Melden. Das hat mir persönlich zum Beispiel am besten gefallen. Was ist eure Lieblingskapazität, was Zuschauer angeht? Ja, schwer zu sagen. Ja, schwer zu sagen. Und dann freuen wir uns jetzt einfach, dass es wieder weitergeht, dass es wieder losgeht, dass wir jetzt dann auch unsere Tour beginnen, irgendwann im Oktober, glaube ich, geht die los, Ende Oktober. Und fühlt sich das schwer anders an mit Schlagzeuger und weiteren Musikern? Ja, voll, voll. Die ganzen alten Songs klingen anders und man muss dann mehr proben. Aber es ist total geil. Das macht echt Spaß. Jetzt sind Songs, ich meine, wir haben die jetzt fast acht Jahre, ne? Wir haben die acht Jahre jetzt so gespielt und es ist geil, das jetzt einfach anders zu machen und, ne, was zu verändern. Ich will gerade irgendwas zum Crowdsurfen. Ihr habt ja auch Crowdsurfer, oder? Vor der Bühne ständig, habe ich zumindest schon mal gesehen. Auf jeden Fall, ja, ist das hier auch verboten, oder wird man vom Festival geworfen? Ihr werdet dann vom Festival geworfen. Okay, wir nehmen alles auf uns. Wir lassen, jetzt dürfen so viele Leute bei uns Crowdsurfen, wie sie wollen. Wir lassen uns dann stellvertretend vom Festival werfen. Aber erst nach dem Gig und zwei, drei Stunden hätten wir dann doch noch ein bisschen, ne, egal, gleich nach dem Gig passen. Wie schreibt ihr eigentlich eure Platten? Macht ihr das zusammen oder kommt jeder irgendwie mit einer Idee, bringt es zusammen an irgendeinem Tag und dann guckt man, was draus wird? Oder wie funktioniert es? Ganz verschieden. Ein paar Songs sind wirklich zu dritt so, aus dem Moment im Studio entstanden. Ein paar Songs habe ich angeliefert, paar Jakob wieder und Hannes. Meistens kommt dann der Text auf die Musik drauf. Es ist ganz verschieden. Das tut dem ganzen Prozess aber auch gut so, ja. Außer den ersten Song auf dem Album, da war ich auf dem K-Termintrip und da habe ich den Song geträumt, als ich im K-Hall saß und dann haben wir den nachproduziert. Das Krasse ist, eigentlich, du erzählst immer so viel von hier, Selbstdestruktion, bla bla bla. Und du erzählst hier von Ketamin und dabei siehst du immer am gesündesten aus, finde ich, von allen. Ja, ich ernähre mich sehr gesund. Aber die spielen zur gleichen Zeit wie wir Bilderbuch. Auf jeden Fall. Heuer noch nicht gesehen. Finde ich geil. Feine Sahne, wenn es irgendwie ausgeht. Ich fange jetzt an. Label-Kollegen bei euch, ne? Ansonsten, was gibt es sonst für Festivals zu erzählen? Also so, hier passieren interessante Dinge, die Menschen wissen müssen. Im Backstage? Oder wie läuft das ab? Im Backstage rennen alle nackt rum, weil da ist ja ein See und dann kommen die da raus und bleiben nackt, weil es auch so heiß ist. Und viel Ketamin halt. Ich meine, meistens ist es eigentlich Warten. Warten, so traurig wie es klingt. Wir warten dann da und es ist, ich lese ein paar Bücher, spiele ein bisschen Schach. So ungefähr sieht das so aus. Gegen dich selbst? Nur gegen mich selbst, ja, weil sonst verliere ich immer. Bei uns im Backstage gibt es auch nur kaltes Bier. Es gab im Kühlschrank kein kaltes Wasser. Nur kaltes Bier. Und warum? Die wissen, wie sie ihre Künstler in Stimmung bringen. Deswegen sind auch alle nackt da hinten, weil irgendwie muss man sich ja dann abkühlen. Es kann wild sein, es kann aber auch mega langweilig sein. Da war schon alles dabei, dazwischen auch so. Und man weiß nie, was passiert. Das ist euer wildestes Erlebnis in der Hinsicht, könnt ihr euch erinnern? Ich kann mich hier noch erinnern, letztes Mal auf dem Highfield, das ist aber gar nicht so wild, aber es passt zum Highfield. Martin und ich wollten aus dem Backstage schon einen großen Sitzsack klauen. Und ich meinte, es ist okay, ich gehe außen vor dem Backstage, du wirfst ihn über den Zaun, ich nehme ihn und bringe ihn zum Bus. Martin hat sich aber genau um 90 Grad verschätzt und hat ihn genau bei der Security auf den Tisch geworfen. Genau, dann sind wir beide leer ausgegangen und ohne Sack nach Hause gefahren. Heute ein neuer Anlauf vielleicht? Vielleicht, ja. Kann schon was passieren. Geht ihr selber noch auf Festivals eigentlich, freiwillig? Wir waren alle drei zuletzt auf der Fusion. Und auf dem Welt warst du ja auch. Und guckt euch dann alles, also so gemischt Programm an oder schon ganz gezielt Sachen, die euch aussuchen? Boah, das klappt ja bei mir meistens nie. Ich lasse mich dann mal treiben und was halt auf einmal vor mir ist, das schaue ich mir dann an oder nicht, wenn es mir nicht gefällt. Also auch mit Zelten und so? Ja, wenn es nicht anders geht, ja. Also wenn man dann das Zelt noch aufbauen kann und so, dann schon, ja. Er fährt hier mittlerweile immer mit so einem alten Camper. Ist er jetzt auch nach Italien gefahren. Mit Zelten ist er nicht mehr viel. Ich war der älteste Camper, den ich in Italien gesehen habe. Aber innen total aufgemotzt mit rotem Licht und so. Solange du nicht der älteste Camper bist, das ist ja alles. Die werden alle älter als ich. Bis auf deren Kinder. Du bist derjenige mit den Kindern. Habt ihr ihn nachgelegt inzwischen in der Zwischenzeit, während wir uns nicht mehr? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Es war auch so, als er wusste, dass ich ein Kind kriege, hat er auch so geguckt, als würde die Welt untergehen. Wirklich zu meiner Freundin und dann geht's ja gut. Alle anderen haben sich gefreut. Schwangerschaft ist eine Krankheit, oder was? Oder wie war das? Das nicht, aber ich fühle mich. Er hat ihr vor allem eine Flasche Rotwein geschenkt. War halt einfach überraschend so. Und ich freu mich auch ein bisschen. Es ist ein wundervolles Kind geworden. Du bist der Pater, oder was? Hä? Nee, ich bin der Bier-Onkel. Weil jedes Kind braucht so einen Onkel, der immer so ein bisschen komisch lustig ist auf den Partys und immer so komisch riecht. Und mit 14, 16 merkt man dann auch, dass das der Bier-Onkel gewesen ist. Der Onkel, mit dem er das erste Mal ein Bier trinkt und Kippen rauchen. Der mega ausfällig wird dann so zum ersten Mal und wird das Kind so Begriffe lernen. Nee, die lernt halt zu Hause schon, die Begriffe. Ja, die verstehen sich super. Das ist geil, wenn mancher pennt da bei ihm und das ist cool. Ja, danke Leute. Viel Spaß auf der Bühne nachher. Dankeschön. Vielen Dank.